Wie macht der Fuchs? Fracacacacacacacau Null geteilt durch Null Stell dir vor, du hast Null Kekse und verteilst sie gleichmäßig auf Null Freunde. Wie viele Kekse bekommt jeder? Siehst du, das macht keinen Sinn. Und das grüne Monster ist traurig, weil es keine Kekse mehr gibt. Und du bist traurig, weil du keine Freunde hast. Kannst du Beatboxen? Ich hab das hier eingeübt. Mieze Katze, Mieze Katze, Mieze Katze, Mieze Katze, Mieze Katze, Mieze Katze. Ich könnte den ganzen Tag so weitermachen. Katzen Tapze, Katzen Tapze, Katzen Tapze, Katzen Tapze, Katzen Tapze, Katzen Tapze, Katzen Tapze. Katze Katzen Tapze. Frag doch mal den Fuchs. Wie macht der Fuchs? Ring, ding, 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 ring, ding, ding. Noch mal. Wie macht der Fuchs? Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha. Wie macht der Fuchs? Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Untertitelung des ZDF, 2020